Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Braid the Beast Fight Bench Mit David, hi! Boah, bitte sag mir, dass es dieses System hier gibt, sonst bin ich ziemlich gefickt, was Energie angeht Boah, ich packe die ganze Zeit in meine... Dingens Ich mag keine Erdnüsse, aber ich mag M&M's Ich brauche langsam mal Longfall Boots Ja, jetzt weiß ich wieder, dass er neu ist Perfekt So, dann guck mal Alter, das Ding bewegt sich ja kaum Ich brauche mehr Energie als Kohle Okay, ich brauche ja Okay, ich brauche ja Okay, ich brauche ja Oh Gott, das wird ne harte Arbeit, das wird ne harte Arbeit, das sehe ich kaum Ich sehe Dinge, da komme ich Eigentlich nützt dir doch die Potato Gang gar nichts Wieso? Weil wenn du Longfall Boots hast, kriegst du keinen Fallschirm mehr und dann lacht sie ja nicht mehr Ja, und? Dann ist sie ja gar nicht mehr so lustig Ist sie auch nicht Das ist so ein Insider, ähm, aus Portal Und zwar sagt sie, ähm, dann, ähm Ups, äh, dann sagt sie Okay, ha, 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 ha Okay, well Ähm, this function still works Also, weil sie wegen der Sack, weil sie zu wenig, normalerweise zu wenig Energie hat, ne? Ja Hat sie erwähnt im Portal Und, ähm, ne? Okay, dann lacht sie und sagt Ha, 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 ha Ähm, this, okay, this is still working Ja, ja, ich weiß Ah, mein, bin müde Halt mal, ich pack mir im Let's Play immer Dämpsel in den Mund Das ist Produktplacement Level, Nico Außerdem habe ich hier noch eine Festplatte, die ich einbauen muss Der ist jetzt aufgegessen, oder wie? Nö, habe ich gerade gegengeklopft, hör mal Ja, du bist, du bist du, ne? Du erwähnst Dinge ohne relevante Und ich habe schon wieder vergessen Ich bin so bescheuert Das wissen wir Ich habe Dorst Ich will ein Magic Man, oder ein... Ne, ein V-Plus trinke ich jetzt nicht Sonst, du kommst jetzt auf den Sofenschoppel Mit diesen Arco-Pops Diese Arco-Pops Wegen einer Flasche Ne, das wäre meine zweite Ich habe gleich ein Bier, du Säufer, du Arco-Pops sind nicht gut für die Gesundheit Glaubst du, ich dachte auf meine Gesundheit? Ja, stimmt ja, Nico Der scheißt auf seine Gesundheit Nö, ich dachte nur auf meine Gesundheit Ist nicht, wenn es um den Computer geht Die Computer zerstören dich von innen nach außen Du wirst fett stinkst und bist hässlich dann Boah, mir fehlt ein Diamant Da könnte ich mir eine Quarry bauen Ich habe einen Diamant Ich leide mir sowieso deinen Quarry dann aus Ich kann dir gerne einen Diamant geben Wenn ich den irgendwann wiederkriege Der wäre meine anderen zehn Diamanten weg Und na, dafür sind mir die am Anfang einfach zu wertvoll Ich muss jetzt überlegen, wenn ich brauche Kann ich ein bisschen Kabelsohn von dir haben? Oh ja, dann komm bitte aber mit zur Quarry Von der Quarry kannst du dir alles bedienen außer Ressourcen wie Erze Du kannst Dirt, du kannst Holz, du kannst alles haben Apropos Holz, ich brauche eine Spitze Ach, eine Axt Kommst du? Ich bin schon bei der Quarry Lol, wie schnell bist du da hingekommen? Sowas nennt sich Portal Hast du ein Portal dahin? Ja Ich habe ein Portal zu deinem Haus geschossen Mal gucken, wie viel Platz ich noch in meiner Festplatte habe 400 Ich habe schon über 100 Gigabyte aufgenommen Ich muss auch gleich mal gucken Dafür ist eigentlich hier die Festplatte, die noch draußen ist Das ist meine alte, von meinem alten Katzen Es ist aber blöd, wie du es eigentlich gemacht hast Was? Die Quarry? Ja Warum? Weil, ähm, aufgrund der zweiten Red 2 Engine wird trotzdem mal alles in die zweite transportieren Sobald wird es die ganze Zeit weiter transportieren Egal, ob die, es ist unrelevant, ob die zweite Folge dahin ist Ja, ja, aber wenn die zweite Folge ist, kann ich die ausmachen Ja Muss halt im richtigen Moment dort sein Ja, ja Hast du dir das ganze Kabel so ungegönnt? Boah, ich habe leider einen Hungersnot Hier Dankeschön Tötet die Kühe Warte mal kurz Ich brauche gerne deine Hilfe Ne, brauche ich nicht, aber Geh doch Ich fahr lange von dir aber diese Woche noch Oder in den zwei Wochen, wo ich Fuck, wo ist das? Ohne, dass ich so nach 20 Parts, beziehungsweise nach 20 Parts hochgeladen bin Habe ich für die nächsten Verstand sicher, dass da rauskommt Ich will nicht zwei Parts hochlandern, also wieder zwei Wochen nichts Ja, ja In dem Prinzip so Wenn du gute Videos machst, ne? Es ist relativ gut an Abonnenten zu kommen, merke ich Was du nicht sagst, ne? Auch es ist zwar schwer, aber ich gehe jetzt schlafen Nein, aber es ist zwar nicht schwer Sag ich mal an Abonnenten zu kommen, aber die Qualität der Videos muss zählen Blöde Wisp, hau ab Ich denke, solange ich noch halt so wenig Ich habe dir mein Essen gegeben, ich habe nichts mehr Schlecht So, endlich nach allen Jahren habe ich mir zu Schaufeln gebaut So, wie lange Erdenken sich die Zuschauer so nur Wann baut der Typ sich endlich mal eine Schaufel? Da kommt drauf nicht klar Fünf Minuten noch, dann darf ich eben Pipi machen gehen Ich muss Pipi Ja, ganz genau Ganz hohes Niveau heute Dieses Niveau hast du immer bei Wahrheit, Nico Nein, eigentlich den Let's Plays nicht Boah Ich muss noch drei Folgen von No Index Kokain Oder eher gesagt Ami, Magi Ich kann es nicht aussprechen No Index Dann habe ich Dann habe ich Warte, ich muss auch noch die zweite Schreihe von Highschool Highschool DxFapping angucken DxFapping 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 Ist das DxD? Ja Warte mal Warte mal DxD Ist denn eine neue Folge raus? Weiß ich gar nicht Muss ich mal gucken Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge ich war Welche war die Welche Folge war die letzte, die rauskam? Als ich angefangen habe, vor einer Woche irgendwie War das fünf oder sechs? Weiß gar nicht Letzte Folge, die ich gesehen habe war drei Alter Ich muss noch weiter gucken Ich weiß gar nicht mehr Fuck Alter, ich muss pipi Geh doch Nein, ich muss fünf Minuten aushalten Oh nein, da fließt Wasser Warum gibst du in Minecraft Wasser? Das ist doch so unlogisch Boah Boah, ich geh zu meiner Apfeltruhe jetzt Die Apfeltruhe ist eh die geilste Ich habe verstanden, Apfeltruhe Du sagst schon hier in Minecraft, alt Da habe ich jetzt schon 14 Äpfel drin, da wird alles Goldapfel rausgemacht Böse Kuh, bleib weg Jetzt sterbe ich noch an Hunger, weil ich dir Essen gegeben habe Tja Tja Natürlich jetzt etwa zwei Kühe, dann ist wieder alles froh Bisschen spänne ich auch nicht so in Afrika Ja, ich auch Außen mal Toto Basics sich ja sowieso drum gekümmert Wie denn? Ja, einen Brief im Schlag geschickt und hängeschickt Haha, ja Haha, ja How to Basics ist eh Beste Besteller AFK Geh ich klarer, schon fühle mich dann viel besser her Boah, ich hab nur noch ein Herz versessen Oh ne So, wann wollen du denn mit mir in den Nether, um Dingens klatschen zu gehen? Wie viele Rüstungspunkte hast du eigentlich? Ähm, alles außer zweieinhalb Ja Ich hab nur noch, ich hab neun Punkte Du kannst ziemlich gut zählen Alles außer zweieinhalb Sag doch Sag doch einfach gleich, dass du 7,5 Punkte hast Ich bin zu faul zum Zählen Dann zähl doch einfach von 10 Ach das sind 10? Hat man also auch 10 Leben? Was? Man hat maximal, äh, 20 Rüstungspunkte Beziehungsweise, ja Beziehungsweise, wenn man, äh, 20, wenn man die halben mitrechnet Weil, ähm, im Code wird das halt, äh, ne Als 20 Punkte angerechnet Genau wie beim Leben 20 Leben mit halbem Herz und so Okay? Anne Töne Vielen Dank. Wie viele Dingens gibt es denn? Wie heißt das? Folge vorbei? Yay. Wir sehen uns das nächste Mal bei der nächsten Folge. Bis dahin bleibt crazy und schüssen!